Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des DAXL und wir sind wieder hier in unserem Haus. Wir haben ja letztens noch kurz hier geschaut. Ihr müsst mir... haben wir schon getränkt, sehr gut. Unser Kleiner Hund war das fröhlich, sehr schön. Essen hat er noch? Bleib da. Okay. So, wie war ich hier dann das Haus noch zu fertig zu bauen oder die Scheune? Wie gesagt, ich bin nicht ganz sicher, ob es das dann so gut oder nicht. Wir sehen es dann gleich. Ja, jetzt sie irgendwie. Nein. Man kann nur schauen, ob es sicherlich den Ort hingesetzt wird eigentlich. Oh, nee. War es echt? Wir haben zu wenig. Oh, ich glaube, das ist eigentlich unglaublich. Ähm. Okay, warte mal. Ähm. 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 Können wir... Können wir... Ne, warte. Wir haben... Bläh. Was habe ich denn hier für Werkbank... Habe ich schon eine Werkbank gebaut oder was gekauft? Ähm, was gekauft? Was ich herstellen kann irgendwie? Da war ich nicht, ne? So. Jetzt haben wir die Kisten hier weg, damit es mir ein bisschen Platz gibt in der Wohnung. Okay, hier sind die ganzen Sachen, okay. Okay, wir brauchen nochmal mehr von den Blättern. Ja. Ja. Ja, ich habe auch schon einmal aufgelesen. Jetzt tauchen tatsächlich wieder auf. Kann ich eigentlich auch so die Blüten und so einfach abernten? Warte mal. Kann ich hier eine Sensor kaufen? Ähm. Jetzt ist es mal Lime. So Lime, billig Lime natürlich. Okay. Ähm. Lime. Ähm. So. Warte mal. So. Wie ist es hergestellt? So. Okay. So. Warte mal. Ganz kurz. Gibt es hier... Zwergzeug. Ei. Zwergzeug nicht hier und hier. Leidem ist rüber. Hier was verkauft noch. Was dabei hat. Den Dragonfly zum Beispiel. Ähm. Ja. Hier. Okay. Hm. Blumen. Ich weiß gar nicht, ob die was bringt. Es bringt tatsächlich was. Okay. Zeitgenössisches Bett. Oh, okay. Ich könnte schon mal was bauen jetzt, ne? Eine Schaufel haben wir noch nicht. Und ähm. Da war noch was. Eine Sense. Okay. Was wäre denn eine Kochstation? Backstation. Backstation. Bienenhaus. Einfacher Mojoküchenträse. Ähm. Grasarmenpackung. Sargochild. Hä? Warum Sargochild? Merkmaschine. Insekten haben wir bereits. Versammkarton. Versammstation. Ähm. Sense. Dichtes Grasarmen. Scharfschere. Haben wir hier noch alles noch? Melkmaschine nochmal. Ähm. Okay. Smoker. Okay. Karna Tierfutter. Zweite Tierfutter. Und hier. Schweineschild. Scharfschild. Scharfschild. Ein Hühnerstall. Was? Nein sie bewundert. Ähm. Verdammt. Aber was verkaufen noch? Also Geld gibt's schon schnell auf die Schnelle. Vielleicht das hier. Ja. Okay. Jetzt können wir einen Hühnerstaller kaufen. Okay. Gut. Vielleicht kann mir das Problem lösen, was unser Huhn hat. Ähm. Falsche Richtung. Wir wohnen hier auf der anderen Seite. Oh. Schweine. Sieht aus wie ihr. Zehntausend. Jetzt sind doch nicht ganz gebacken ey. Aber echt? Zehntausend. Oh mein Gott. Warte mal. Warte mal. Ich muss kurz die Sense testen. Kann ich jetzt hier auch abernten wie ein doofer? Oh. Hacke. Sense. Warte mal. Da. isses auf. Haken Sie auf? Haken Sie? Boah. Da krieg ich ja nichts davon. Das ist voll der Einfall. Es bringt ja dann gar nichts. So. Ha. Das ist ein Stein. Kann sein, dass er nur eins tief haut. Aber dafür umso mehr in die Breite. Ja. Das ist ein Falser. Okay. 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 Was? Was? Bergzeug und Stein. Aber du lade es auf. Hey, du brauchst irgendwas. Genau. So. Was? Was? Wie gross ist das? Bitteschön. Nein. Ähm. Boah. Das ist ein riesen Ding. Oh Gott. Was war denn das? Wie getötet? Wie? 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 Lass dich wieder mal frei laufen. So. Schauen wir mal kurz, ob ich jetzt hier die Jüngersteine bauen kann. Wie? 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 Das ist schon wieder zuerst, aber wir sind schon wieder zuerst. W왓 es so gut. Sorry. Ähm. Das ist umknall weg hier. Gemischte, gemischte Samen, ok Werksprächtig, ok Ich könnte auch mal hier Was? Ah, war die Hacke, wenn dann Sollen wir die gemischten Samen hier rein Sehen wir noch, was da rauskommt, ich habe keine Ahnung Was gemischtes halt, ne? Dieser Weg wäre auch mal vielleicht zum Erneuern Irgendwie sieht er ein bisschen schmuddelig aus Ich habe hier noch was Kraften Steine Pflastersteine Montieren, Rohestein, Sandblock Weißer Stein, Rohestein, Mörtel Ach, scheinbar Pflasterstein, Pfad Sandblock Ja, gar kein Sand, ne? Ah, komm, ich gehe mal kurz Sand holen Das wird LOL, das stand gerade auf seinem Napf Weißer Pilz Also in der Kiste Halt Ich muss sagen, das sind etliche Tiere, die rumfliegen Wie zum Beispiel das 1 Hier müssen wir noch 1 So Noch mal 1 Boah, eine ganze Armee Schau an Aber es ist echt eine coole Idee, einfach so rumstehen und auch schauen Mal irgendwas bewegen, sieht da die ganze Tiere animiert sind Okay, man sieht dann alle die Ferne, die Bäume sich aufbauen Oh, da habe ich gesehen So nah und doch so fern So, Pilze Ich beobachte jetzt jedes Mal, ob ich hier was sehe Ah, Reichel Ne, war kein Pilze, okay Ne, war kein Pilze, okay Ich sehe gerade eben, was bewegt Nicht nur aus, wo Ah, es ist immer die Welt, die sich hier aufbaut Ich denke immer, es ist was Das sind ja wieder Nachteile, ne Da Hier ist noch einer Hier, Purpur, Butterfly Man kann nicht immer alles raus Man kann nicht, also man kann nicht alles rausnehmen Ich habe auch noch fast keine Käfer gefunden, hätte ich gesagt Nur, ähm Ähm Nur, in welche Ah, ich warte mal etwas In welche fliegenden Sachen Es hat nämlich noch Käfer gegeben Oh, schau mal Eine Grille Cricket Okay, das war's schon wieder Oh, warte Oh, ich wollte gerade sagen, ich habe keine Schaufel Wir haben eine Schaufel gekauft Ähm Ähm Schaufel, schaufel, schaufel Wir haben zwei Schaufel Okay Ähm Ja Brrrr So Blub 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 Und acht Plöckchen können wir auf einmal bauen Na gut immerhin Halble Also wir schauen was brauchen wir Ähm Brrrr reserves Sandblock. Wo ist der Sandblock Prozess montieren? Ok, jetzt müssen wir in die Stadt wieder. Los, 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 los. So. Mhm. Ich bin gespannt. So. Montieren. Ich muss... Oh, schau an. Eine Strecke. Ich glaube, das Netz. Ja. Snail. Snail. Eine Snail. Die spawnen schon random, die Dinger, ne? Auf dem war ja vorher noch gar nichts zu sehen. Oder noch gar nicht die Rede, sowas da wäre. So. Ähm, so. Fliese montieren. Also. Okay. Ähm. Also. Fünf Rohsteine. Fünf Rohsteine. Fünf Rohsteine. Und Sandblock. Ähm. Sand... Sandblock. Pflastersteinpfad. So. Pflastersteinpfad. So. Okay. Haben wir mal Pflasterstein. Jetzt gehen wir ganz schnell nach Hause. Ähm. Nach Hause. Zack. Komm schon schlafen. Ja. Können wir. Und dann kommen wir schon Tag 7. Juhu. Tag 7. Ich freue mich, wenn wir es erst mal ernten können. Leere Taste raus. Guck mal, hat unser Geschenk gebracht. Oh. Unser Wunder hat unser Geschenk gebracht. Sehr gut. Mal schauen, was er uns geschickt hat. Oder geschenkt hat das. Goldene Steckrübensaun. Ähm. Nach einem Steckrübe. Noch eine Steckrübe. Aber diesmal aus Gold. Wächst innerhalb von 3 Tagen. Im Winter. Ähm. Okay. Haben wir hier nichts im Bücherregal? Eigentlich doch. Zumindest mal da rein. Äh. Hundertfutter. Doch. Das können wir eigentlich auch. Hattest du jetzt gar gesehen? Ach so. Ne. Ich wollte jetzt sagen. Komm es rein gerät. Es ist kein Hundertfutter mehr. Oh. Warte mal. Ach so. 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 Ich bin nur daran denken, dass es noch drehe. Wenn ich es rein tue. Ne. Unterfutter. So. Tierfutter 2. Kann man nicht mal schauen, wie viel man noch hat. So 3. So. 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 Wir haben gerade eben. Aus dem Regal einen Schrank genommen. Hahaha. Oh. Crazy Freak. Ähm. Gut. So. Okay. Jetzt kann man den Pflastersteinpfad rein setzen, oder? Ja. Wird so schön aussehen. So. Okay. Pfarr, 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 pfarr. So. Pfarr, 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 pfarr. So. Okay. Pfarr, 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 pfarr. Okay. Jetzt wird immer der Weg gepflickt. So. Eigentlich möchte ich es da gar nicht haben, ne? Hm. Was ist das hier? Stein. Na ja. Hau ich da weg. Einfach, wie wir es können. Die waren natürlich den Hammer dafür. Der habe ich da den so. Okay. Uh. So. Also wir müssen mal kurz mal schauen. Können wir schon etwas ernten jetzt? Das heißt umrühren umranden. Kartoffeln. War cool. Ich kann ernten. Äh. Die Sachen. Okay. Äh. Gleich mal kurz wieder tränken. Ich habe nichts zum tränken da. Ja. Und eins sage ich. Ich muss hier unbedingt, wenn ich dann hier mal fertig bin. Äh. Hier links und rechts ein bisschen freiräumen. Aber wisst ihr was? Ich finde echt cool, dass man hier so schnell gießen kann. Echt cool. So. Hier zu unserem Huhn. Das ist da. Großvielig. Ja. Du Huhn da kannst jetzt zum Essen mehr. Mal schauen wie das geht. Alles hier vorzugenommen. So. Okay. Dann füllen wir mit ihm seinen Napf mal hier. Okay. In der Master-Spiel für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Staxl. Grüße an Schwaben. Bis dann. Und Bye Bye. Vielen Dank fürs Zusehen. Die heutige Folge ist leider zu Ende. Aber es geht weiter mit einem Abo. Verpasst hier keine weitere Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.